Alter was ist das, Mann? Alter was ist das, Mann? Ahhhh! Das ist so close. Du bist so lecker. Und dann geht's auf der Couch weiter. Wollen wir noch Netflixen? Haben wir grad irgendwas Gutes? Das ist widerlich. Na schon. Ich hab 59% auf 170, ne ne ne, Smurf ist erst ab 65%. Alles da drunter ist nur ein guter Spieler. Und dann gibt's noch so dappetes, noch mal ein Event drunter. Lass mal auf Insane Display. Scheiße, doch nicht so insane. Oh, guten Tag. Aua, aua, aua. Was ist das für... Hatsapasa... Hapata, hapata, pappe, pappe. Ach kommmm. Die sind so schlecht. Hört auch nichts. Das ist doch nicht deren ernst, Alter. Das ist nicht deren ernst. Hört sich die sexy, 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 sexy. Luchs. Was ist das hier? Alter! Ah! Nein! Hilfe! Was machen die? Nein! Was machen die? Was machen die? Nein! Ah! Alter! Das ist so hart, das ist unglaublich. Das war das Schlechte, was ich in jedem League of Legends gesehen habe. Also wirklich. Nein! Nein! Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gesehen, glaube ich. Nein! Scheiße! Das ist ja auch genauso Luke wie ich. Oh mein, Alter! Alter! Ich habe noch nie so etwas Schlechtes in meinem ganzen Leben gesehen. Die haben ja legend alles falsch gemacht. Also, Top 1% by the way! Mein Gott, Alter! Leute! Ich glaube, ich hatte gerade sowas ähnliches wie Spaß! Ach, Mann, oh! Na gut, das akzeptiere ich. Alter! Der Wingage ist ja richtig gut gelaufen, meine Lieben. Na, brecht mich doch nochmal bei meinem Backplot ab und schaut, was passiert. Ist irgendwo eine Syndra. Aua! Ja, Geduld! Den Töte werden wir schon gleich kriegen. Oh, nice! Schade! Nice! Nice! Wir haben noch einen Harald! Ehre! Ah, ich weiß nicht, ob wir weitermachen. Sooo! Aha! Okay! Das kann man so natürlich auch machen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ciao! Oh! Nehme ich mit! Ich frage jetzt, rennen die uns jetzt? Oh nein! Oh, ich dachte, er zieht durch! Hohoho! Nice! Stopwatch! Nice! Ah, ich konnte dir leider nicht helfen. I'm sorry! I tried my best! Oh, das Flavor lecker! Das Flavor war richtig schmackotastisch! Hätte man natürlich auch rein porten können! Wäre im Rahmen des möglichen gewesen! Er hat kein Smite! 8 HP! Nice one! Clean! Oh, die Syndra brettert aber auch! Aber hier in dem Game hätte ich wirklich kein TP mitnehmen sollen! Dem geben wir TP! Ups! Also es ist halt gut, wenn die auch TP mitnimmt! Deswegen habe ich es eigentlich mitgenommen! Weil ich davon ausgegangen, dass Syndra es auch nimmt! Aber sie hatte keinen Bock! Oh nein! Sie dann tun! Oh mein Gott! Ich hab actually fucking... Nein! Diese Missile flasht noch rein! Oh mein Gott! Das war richtig nice! Das war richtig nice! Das war richtig nice! Ich bin trotzdem tot! Er holte dich ne? Ja ja! War greedy gespielt! Es war okay! Er verliert nochmal extrem viel! Aber ich hätte es auch überleben können! Wenn ich es gut mache! Bei mir! Ich bin tot! Ja! Hab ich ja so nicht gesehen! Nice! Na! Ich hoffe ja noch Schrott! Um den Held zu helfen! Na! Er ist tot! Ne! Ich hoffe ja noch Schrott! Oh! 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 Sohn Drano! Du musst es flashen! Ich spiele aber auch gut! Oh! Shit! Kannst du mir erzählen was du willst! Oh! 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 Das war nicht super! Remo! Was? Wo ist dein E? Wo ist dein E? Spiel aber hat gereicht! Nice! Das hat stark gespielt! Das hat das Problem! Wir gewinnen Teamfalls, aber wir können nichts damit machen! Ich muss sagen, das sind die frustrierendsten Spiele, wo du besser spielst, aber irgendwie trotzdem nie aus seiner Base rauskommt! Wir können jetzt noch 5 Teamfights exakt genauso gewinnen! Es wird leider nichts am Game enden! Weil die Gegner komplette Push Pressure haben! Oh! Die Karte soll jetzt... Die hat leider zu reingehaut! Die Karte soll jetzt... Die Karte soll jetzt... Die hat leider zu reingehaut! Die kann ein... Ich hab noch nie ein... Ich hab noch nie ein Level 18 Karte gesehen, der so wenig macht! Ich bin ehrlich mit euch Leute! Wir halten so gut durch, aber es ist egal! Es ist einfach leider egal! Wir haben sie schon wieder geacet! Wir haben sie einfach schon wieder geacet! Wir bluten halt so langsam aus, ne? Kann ich denn erst solo? Ich kann's glaube ich nicht solo, oder? Ich weiß, wir müssen irgendwas versuchen, Alter! Versucht einfach! Eine Sekunde länger, ich kann den aufbekommen! Ich hatte erst vor 3-4 Tagen so ein langes Game, Alter! Heute gab's in den Worlds Plains ein 60 Minuten Game! Nice! Ich verlass den! Oh mein Gott! Aua! Mein Anus! Das ist leider das erste Mal seit dem 10 Minuten, dass die Evelyn 1 Taunt auf mich getroffen hat! Und ich bin leider sofort tot! Ich bin einfach sofort tot! Nice! Was soll das? Was ist das für ein Spiel, Mann? Meine Popperz wurde sowas von zerrissen, Alter! 2.100 Schaden von ne Evelyn! Holy! Die hat noch nicht mal Full-Build! Aua! Wenn sie sie kriegen, wär richtig gut! Oh! Nice! Nice! Das ist super wichtig! Gehen wir für den Drake? Oder pushen wir? Just an! Ja, das Problem ist, wenn die den älter machen! Ich glaub auch, dass wir dann viel gegen ihn spielen! Wenn dann... One-shotet mich die Kato-Soltee! Enden wir eher als wir? Ja! Mal was base gehen! Geht zu! Geht zu! Geht zu rück! Ne, ist leider verdammt! Okay, das ist natürlich ein sehr antiklimatisches Ende, bin ich ehrlich! Nein! Okay, die können nicht enden! Halt! Maun! Aber ich bin wieder one-shotet worden! Oh mein Gott, Junge! What?! Aber auch 10 HP! Wie war das überhaupt möglich, dass das nicht... What?! Wir sind zu dritt zurück, Alter! Wir haben den grad so einfach auseinander genommen! Aber ich weiß nicht, wie ich ins Spiel... Also... Ich bin halt von allem One-Shot! Das ist halt komplett lächerlich! Oh mein Gott! Ja, ist game leider! Nimm den bitte! Das war eigentlich klar! Der Jax war einfach da... Leute, du hast gar nicht mitbekommen, was Jax... Ja, das Problem ist, dass Jax zu viel Schaden am Turret macht und zu tanky ist. So, der kann halt... Wahrscheinlich hätte er... Er hätte zu fünft auf ihn rauf gehen können und er hätte trotzdem den ganzen Nexus bekommen, als er Jax lädt gehen.